kein material mehr ich nehme auf ich nehme auf weil die musik ist ein bisschen zu steil das war ein bisschen zu steil weil die musik gerade sich noch mal empört ok deckel mitnehmen und bisschen hochbauen hier wieder weil der typ sofort anfängt zu leiden das war ein bisschen einfach ein bisschen ab so ist so ist doch okay oder vorsichtig gott viel mach jetzt kein quatsch wir sind so kurz davor ach ja und falls im hintergrund stimmen hören sollte die gute dead freak ist auch noch am start wenn man sie hören sollte ah fuck ich habe ja keine energie was mache ich denn hier okay achtung phil ich steig ein okay phil ich steig normal sorry 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 ich muss extrem vorsichtig mit fahrzeug sein das fliegt sofort los als schwerkraft einfach null ist wenn wir jetzt mit dem rover einfach unterstürzt aber guckt euch das mal an wie krank das einfach aussieht das ist übel heftig so die frage material abbauen genau wir brauchen erstens material und die zweite sache ist wie kommen wir das ding wie kommen wir das ding rein das frage ich mich jetzt schon ach gott ich habe gar kein material okay ich brauche material brauche jetzt erstmal noch mal energie war gut dass man das rtg gebaut haben das war sehr gut die kanister sind schnell gefüllt und schnell entleert ok der typ rutscht ja nicht mehr sofort los schon mal schon mal gut ok guck mal wie langsam das runter fällt klar weil die ganze schwerkraft von oben ja noch dran ziehen ja krass ist einfach mega krass hier aber es ist immer noch ein langer weg wir müssen da immer noch runter und reinkommen ganz vorsichtig ganz vorsichtig so aufpassen ja jetzt ein runder faller ja das ist ja so bitter ich komme jetzt von ganz leicht angeslider alter ich krieg das fast nicht mehr irren mitten terraform ok lass mich das lass mich das weil das ist was es echt schwer ist ja lass mich ok gut warte ich gebe dir meine kanister ab hast du noch platz für kanister scheiße kannst du platz schaffen irgendwie und schwer kannst dich schwer von was trennen ja Mist ok boah ey ist das wahnsinn ok ich kann halt fast nicht mehr mit meinem rover hier lang fahren weil jedes mal wenn ich das mache fliegt er los die frage ist können wir auf dem pinken da laufen also ja ich glaube auf dem pinken da kein material mehr aha wie man fliegt guck dir das an alter hui oh sheesh hui beim aufwärts gehen ist es gar nicht mal so schlimm ok Phil ein bisschen mit dem vorfahren traue ich mich noch ich muss jetzt nochmal was real holen vor allem wir sehen hier nur so diese spike dinge und denken uns so ja gut dann war das auf kalidor noch gar nicht der erdkern wir haben es nur vermutet vielleicht wahrscheinlich war das nur einer der spikes genau genau ok boah ey je näher wir uns dem ding nähern seems legit desto größer wird die anspannung was hier passiert alter Phil sagt nur noch alter das bestätigt alles in seinem gefühlsbereich okay ich habe es geschafft mit meinem rover bis ganz nach vorne zu fahren guck dir das astronom an was ihr gerade was ich hier aussehen mit runter geschleudert habe okay das scheiß rover rollt hier lol da fliegt es runter es fliegt einfach runter auch geil so kann der rover jetzt mal bitte stehen bleiben alter dem rover sein ernst ja das wird immer schwerer ok ich kann mit dem rover hier leider nicht hochfahren ich muss den hier parken ich muss den hier oben als wie ich fliege so hier bleibt er stehen ja boah yes ey wir sind schon in der schicht drin in der äußersten ok so dann ok einen kann ist das noch voll ich geb dir noch den halb voll bitte sehr guck mal wie langsam der fällt hui ich hole wieder neuen stuff wie heftig ey neues erdreich energie aufladen pfff 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 ohohoho ich fliege hier schon wieder Phil ist drauf oder müssen wir jetzt wirklich komplett rein also ich meine ich meine so komplett rein komplett rein mai tschemme pfff 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 Njek ch�� ja stimmt stimmt richtig natürlich die gravitation ja man ja stimmt das ging ja noch das haben wir ganz vergessen so wohl jetzt lage ich habe nichts genau wo geht es jetzt hier rein hier ist was okay wir brauchen der echte stromversorgung ich fasse ja rauchen oder was moment moment mal astronium was das astronium was da unten liegt was ist das für ein zeichen ist doch astro oder was ist das hier ist das astronium drauf warte wie kommen wir da am besten runter mit dem fahrzeug oh shit für ich bin mir nicht sicher ob das das sind keine normalen kabelstecker hier das sind keine normalen kabelstecker ich möchte so kurz erwähnen scheiße ich bekomme kein sauerstoff fuck ja ist mir auch gerade aufgefallen warte wo es steht das fahrzeug so warte das war es nicht hatte hohohoho was das hier gut ich muss mein ding ist anschalten mein sauerstoffmacher ausschalten fuck ich weiß gar nicht an welchem ding das war kacke scheiße ich laufe gerade auch an der falschen säule hoch oh nein jetzt verkacken wir hier phil wo bist du also ich kann ja ich kann dein icon wieder sehen wo steht das fahrzeug alter ich brauch das fahrzeug ich hab keinen plan fuck es gibt es nicht ich glaube das ist das hier warte 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 weil hier ist ja ich rutsche sicher weiße nach ja ja ich bekomme was oh yes danke man okay du bist auch gut das ist jetzt die sache wie wie kommen wir jetzt hier hin und was wollen die hier von einem was ist das hier für ein zeichen alter scheißdreck an welchem ding war unser robot dran ja das ist eine gute frage vor allem ich sehe es ja auch nicht weil man sich nicht in first person umgucken kann ja 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 hier war es auch nicht wir müssen uns von unserer sichtreichweite ist auch nicht irgendwie so unendlich ne warte ich hab mal mein leuchtfeuer warte das aktiviere ich mal so mein leuchtfeuer ist aktiv hast du unseren rover schon nee aber ich habe mein leuchtfeuer dass ich dabei habe jetzt aktiv ich slide grad nach oben ich habe keine ahnung wo das kack ist muss mein sauerstoff machen noch mal anknallen boah hilfe fuck wir werden hier drauf gehen was mit sauerstoff machen wir werden hier noch drauf gehen fehlen ist halt echt so wenn wir das ding jetzt anschleunigst finden grad damit hier ist es auch nicht scheißdreck fühle ich sehe dich hat lauf die ganze zeit auf dem selben teilraum der feld 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 komm mal zu mir komm mal zu mir ich werde gleich drauf gehen ich brauche energie und er kommt schon von dir warte ich komme gerade zu dir stehen bleiben ist eine gute wahl okay oh gott welche 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 gänge haben jetzt alles abgecheckt ich habe kein hier liegt das tonium und zum pflanzen ding okay ich versuche es mal hier kacke aber fehlen natürlich sagt ihr halt das ist kein normaler kabelstecker der mehr brauchen ich will da auf diese zwischenteile wieder landen können ich hab's ich hab's ich hab's feld 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 wo bist du ich brauche schon wieder sauerstoff und alles warte ich mach noch mal ein komm runter ich komm runter ich komm runter so das war es keine energie ja ich bin jetzt wieder auf dem ball unterwegs kann hast du irgendwie ein leuchtfeuer sowas nein komm her ja wie komm her ich sehe dich nicht komm her ja ich sehe dich ja ja okay dann sterbe ich ich der beziehung kommt suchen ich suche mich so nicht ich bleibe stehen ich bleibe an der richtigen sollte stehen ich sehe dich nicht ganz vergessen ich werde sterben ganz vergessen ich bin jetzt bin ich gestorben okay dann laufe ich mal lieber zurück zum rover alter scheiße ich bin mir nicht sicher ob es ob wir astronom brauchen ich bin mir echt nicht sicher